Was ist das Bestreben der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dass die Forschungsergebnisse aus allen Bereichen auch in die Öffentlichkeit kommen? Und das habe ich nun wirklich mein ganzes Leben lang gemacht, seit 35 Jahren und deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass das jetzt eben auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft anerkannt wurde und honoriert wurde und gerade jetzt kurz vor dem Ausscheiden aus der Uni Köln und darüber bin ich natürlich sehr, sehr froh.